Ich verstehe aber nicht, warum die Frames jetzt nachhängen. Oh Gott. Keine Ahnung, zum Glück hört man das gerade nicht so. Ja, Frames irgendwie 80... Ah, jetzt. Nein! Oh Gott! Alter, was macht der? Was macht der? So. Wenn der sich rumdreht, ist der fällig. Und zack! Geil! Kill von oben, ey. Yes! So. Oh, das läuft bis jetzt echt gut. Oh mein Gott. Ich höre ihn hier links. Moment. Äh, ich höre ihn hier links irgendwo rumtippen. Aber egal. Ich gehe erstmal hier rein. Und schaue mir mal an, was hier so ist. Ah, wir nehmen mich auf 69. Oben drüber, okay. Die Frage ist, wie kommt man da hoch? Kommt man hier so da hoch oder was? Ne. Das ist ja eine Grotte hier, ne? Also eine Höhle oder so. Moment. Kommt man da irgendwo hoch? Ne. Okay. Ah, da ist eine Rauchbombe. Geil. Zack. Sehr schön. Wo ist denn das jetzt? Mal wieder die India-Mucke hier. Geil. Na, jetzt geht's wieder mit den Frames. Keine Ahnung. Oha. Da. Okay, da ist er. Moment, das mache ich. Komm. Oh, das war wieder so knapp, ey. Ohohohoho. Egal. Zack. Das habe ich. Das ist gar nicht so schwer. Das Level hier. Bis jetzt. Ne. Also bis jetzt, ja. Ist das nicht so, äh, shit. Ist das nicht so krass, wie ich vermutet hatte? Oder befürchtet hatte. Sagen wir es mal so. Und. Und zack. Geil. Okay. Yes. Ich glaube, es ist besser, wenn man wirklich den Kill von oben macht die ganze Zeit, ne? Weil im Sprung ist der Rekimaru schneller als beim Laufen. Glaube ich. Wenn man so springt, ist man schneller als wenn man läuft. Glaube ich zumindest. Habe ich zumindest das Gefühl. So, hier ist eine Kanone. Schaut euch das mal an. Ne, ist eine Kanone. Okay. Frage. Ah, okay. Ne. Ne, ich habe gerade diesen Kill versucht, aber. Da oben geht es weiter, oder was? Ne, hä? Doch. Doch, hier. Okay. Alles klar. Ah. Da ist direkt einer. Aber, ja. Okay. Dann geht es mal los hier. Dann schleiche ich mal an hier. Einfachste Übung. So. Wenn er jetzt zur Seite guckt, ist der fählich, ey. Aber der guckt nicht zur Seite, habe ich das Gefühl, ha? Guckst du zur Seite? Ne, du guckst nicht zur Seite. Okay. Das ist dann doch ein bisschen blöd. Der dreht sich nur in die Richtung, okay. Okay. Und, zack. Und. Kill ihn. Und das war die leichteste Übung ever, ey. Einfach ein bisschen beobachten. Der hat den hier rumgestanden. Oh, 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 oh. Schaut mal. Oh, 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 oh. Da liegt der Kopf, ey. Oh, Mann. Okay. Oh mein Gott. Sind hier wieder ab... Das ist ein Abgrund. Okay. Aufpassen hier. So. Okay. Wer frei ist jetzt, wo muss ich jetzt hin? Irgendwo geradeaus. Geradeaus und dann wieder... Ah, stimmt. Stimmt. Hier rechts war ich ja noch nicht. Ah, das Level dauert aber noch ewig, ey. So. Hä? Hä? Ne, warte mal, ey. Moment mal. Das geht nur runter, okay. Wo komme ich denn jetzt auf den anderen Weg? Äh, vielleicht hier irgendwo? Ne, das war ja da. Da war ich doch eben, oder? Da war doch nur der. Oder, ah, ne, warte mal, stopp. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, da liegt noch der Kopf rum. Zu geil. Ne, da ist nix. Hä? Moment mal. Hier oben drauf, oder was? Ernsthaft? Nee, hier komme ich nicht hoch. Ah, blöd, ey. Scheiße. Dann vielleicht doch hier hinten rein, oder was? Oh, hier ist aber nur ein Abgrund. Ah, okay. Alles klar. Selber gefunden. Oh, hier ist ein Abgrund. Oh, ich hasse diese Abgründe, ey. Die sind so gemein hier. Lass mich raten, das ist... Allee, okay. 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 Da, okay. Da ist einer. Kommt der hier hin? Ne, okay, er geht weg. Alles klar, sehr schön. Und zack. Boah, geil. Geil, Alter. Und yes. Weiter geht's. Ah! Ach, da. Okay. Alles klar. Sehr schön. Ah, wer sieht mich denn da noch? Wer hat denn hier so einen Röntgenblick, ey? Tch. Okay, wie mache ich das jetzt? Dreht er sich rum? Nein. Okay. Blöd. Ach, Moment. Wenn er da seine Hampellein auf der anderen Seite macht, glaube ich. Jetzt. Oder was? Und dann wie lieber nochmal zurück. Jetzt bin ich nämlich schon hier. So, jetzt weiß ich aber ungefähr den Abstand. Und jetzt. Und. Nein, ich bin daneben gesprungen. Oh, ich Idiot. Ich Idiot. Oh, ich Idiot. Ey, jetzt sind da auch noch zwei. Oh. Ich bin daneben gesprungen. Oh mein Gott. Oh, geht da runter. Nein. Oh, lass mich in Ruhe, ey. Oh, Mann. Muss doch nicht sein, ey. Das war so gut bis jetzt. Egal. Hä? Was macht der denn? Ah, okay. Die haben die Leiche entdeckt. Alles klar. Okay. Die haben die Leiche entdeckt. Okay, also ich wurde ja zwischen alles in allem vielleicht fünfmal entdeckt. Fünfmal. Okay. Aber guck mal, wie viele Gegner ich gekillt habe. Also das könnte doch echt noch reichen mit Großmeister, oder? So, gehen die jetzt hin? Was machen die? Oh mein Gott. Was machen die denn? Äh, was? Schmeiß mal den Giftreißer runter. Und? Ja. Einer geht hin. Alles klar. Und der. Den hab ich. Und den jetzt auch. Und yes. Geil. Yes. Sehr schön. Beide gekillt, ey. Boah, dank dem Giftreißer. Also ohne Giftreißer wäre ich hier echt aufgeschmissen. Ah, hier komme ich doch her, oder nicht? Ne, hier war ich noch nicht. Okay. Was ist das hier überhaupt? Viele Kanonen. Ja, ja. Ja. Gut, dann geht's mal weiter. So. Wahrscheinlich hier. Hier links. Hä? Ne, hä? Moment. Ah, dahinter. Okay. Alles klar, dann. Okay. Wo denn? Wenn ich hier jetzt... Hier renne ich auf einen zu. Okay. Oh mein Gott, nein! Boah. Wo ist der? Ah. Okay. Nein, der dreht sich wieder rum, oder? Moment mal. Lieber vorsichtig. Ah. Geh doch weg. So. Den Giftreiß könnte ich eigentlich einmal schmeißen und dem Krämpfe zufügen. Aber... Nee. Ich warte ab, war einfach seine Route. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und... Zack! Yes! Wieder Kill von hinten oben. Nein. In den anderen Board. Okay. Sehr gut. Boah, das war richtig gut jetzt, ey. Gut gespielt. Oh, hier ist kein Abgrund, ey. Ich dachte schon wieder. Ach, das wird mir jetzt zu blöd. Ich hole dir den Giftreiß-Eier. Eier-Briah. Und zack! Ohohohoho. Der war geil. Der war richtig gut, ey. Ah! Da oben. Ja. Da ist hier hinter mir noch was. Ist hier hinter noch... Ah! Schaut mal, da hinten. Da ist noch was. Ich hab's doch gesehen. Ah, nein. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Mensch. Wie weit kannst du gucken, da hinten? Wer ist denn das? Ernsthaft? Der Typ da hinten? Oder was? Ja, ernsthaft? Der Typ da hinten? Okay. Okay, ich will aber hoch. Ich will gucken, was da ist. Ich will gucken, was da ist. Da oben ist doch nicht umsonst eine Lücke. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ja, der sieht mich doch irgendwie schon nicht. Da ist doch nicht umsonst eine Lücke. Jetzt mal ehrlich. Ich will das sehen. Hallo. Doch, da ist umsonst eine Lücke drin. Oder muss ich da vielleicht sogar hin? Nee, nee, nee. Ah, Moment mal. Kann man hier irgendwas kaputt machen, oder was? Äh, nee. Okay. Hier muss doch was sein. Hier ist doch so ein Ding offen. Moment mal. Nee, kann man auch nicht irgendwo irgendwas machen hier. Nee. Okay, okay, dann muss ich doch da hinten lang. Okay. Zu dem Typen. Oh, nee. Okay, und? Und halte ich fest. Oh, Gott sei Dank. Und da. Und sehr schön. Er hat sich richtig rumgedreht direkt. Und zack. Weg mit dem. Oh, Gott. Für den Bosskampf muss ich jetzt aber auch aufpassen. Ich hab nur noch einen, einen Heiltrank. Und einmal Ninja wiedergeburt. Das reicht nicht. Oh, Mann, ey. Was haben wir hier jetzt noch? Kann ich da hin? Da kann ich nicht hin, oder? Nee, das ist auch wieder... Ach, das ist nur Design. Ah, schaut mal, da ist wieder so eine Aya. So eine Aya Brea hier. Die sieht da echt so aus. Naja, egal. Und zack, zack. Aber ich bin schon wieder falsch hier, ey. Und zack. Nein, warum bin ich schon hochgegangen, ich Idiot? Geh runter. Ich will dich hier nicht. Danke. Danke. Oh. Puh, ey. Ich will dich nicht, Frau. Da bist du. Ach. Shit. Ja, das war auch damn. Na, versuch ruhig. Kannst du versuchen? Das wird dir nichts bringen. Oh, Mann. So, wenn die jetzt da die ganze Zeit versucht... Die versucht, die ganze Zeit jetzt da hoch zu gehen. Frage ist jetzt natürlich... Und zack. Geil. Okay. Die hab ich. Sehr schön. Alles klar. Okay. Oh mein Gott, ich hab so Schiss hier, ey. Oh mein Gott, was ist das? Ein Abgrund, oder? Auf einmal ein Abgrund. Oder was? Ist das ein Abgrund? Ist das ein Abgrund? Ne, da trau ich mich aber trotzdem nicht rein. Ne, ne. Mach ich nicht. Ne. Okay, dann haben wir hier jetzt noch... Also dafür, dass das das letzte Level ist, geht das erstaunlich gut. Muss ich sagen. So, die ist ja bestimmt da, ey. Um die Ecke, wa? Was? Oh, okay. Äh. Moment mal. Ich seh doch hier nix. Was ist das denn hier? Ah, okay. Boah. Ich hab so Schiss, dass das ein Abgrund ist, ne? Da könnte ich jetzt hochgehen und zack machen. Genau. Ja. Och, läuft das gut. Das läuft bis jetzt so gut, ey. Oh, shit. Und das im letzten Level. Ah, ja, okay. Da ist der Typ. Oh, das hier ist kein Abgrund. Ich verstehe, okay. Schmeiß den Giftreis. Nein! Ah, scheiße. Scheiße. Der hat mich entdeckt. Fucker, ey. Wirklicher Fucker. Verdammt. Dafür stirbst du jetzt. Was hast du dir gebracht, dass du mich jetzt entdeckt hast, ey? Was hast du dir gebracht? Nix. Du musst mich nur abfacken. Okay, das sind keine Abgründe, aber trotzdem. Äh. Ja. Ah, ich bin schon fast da. Okay. Das Level war ja echt nicht schwer. Ah, ne. Da muss ich mit dem Kletterhaken hoch. Okay. Dann geht er mit dem Kletterhaken hoch. Ja, Freunde. Finale. Los geht's. Finale mit Rekimaru. Ah, der ist schon wieder. Isayoi. What's going on? Es ist Shichishto. Es ist. Istayoi ist nicht die Kletterhaken, die du denkst, es ist. Was bist du? Ich bin über dich. Du bist in meine Kletterhaken, wenn du benutztest Shichishto, um zu reparieren Isayoi. Now the Shichishto is part of Isayoi. It will drain Isayoi's power. That worthless Tatsumaru almost ruined everything by sticking his nose when it didn't be wrong. So he wasn't Tenrai's slave. No, he remembered his previous life perfectly, from the very start. What? Luckily for us, you, Azuma, are so foolish that you still walk straight into my trap. And now, Rekimaru, I terminate your life. Ja, kannst du versuchen. Kannst du versuchen, Unikage. Penner, ey. So. Der mit seinen Kicks. Ja, ja, ich kenn den noch. Zack, weg mit dir. So. Bombe. Schweiß die Bombe, ey. Und zack. Ah. Scheiße. Ich will jetzt nicht mein Leben schon. Ah, Mann, ey. So. Der haut nämlich wieder die ganze Zeit ab. Ah, Moment. Ich hab ne Rauchbombe, ja. Ich hab ja ne Rauchbombe. Und die, das ist ne Rauchbombe. Wieso isst der nicht davon? Zack, zack, zack. Weg mit dir, ey. Oh. Und zack, zack, zack. Ne. Scheiße, der hat mich im Rücken getroffen. Oh. Penner. Ey, du Penner, ey. Wirklich. Und zack, zack. Ah, Mann. Greif doch an. Oh, ja, genau. Oh, Junge. Und zack, zack, zack. Nee, das bringt nix. Nein, ich bin tot. Oh, scheiße. Hör auf. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ninja wieder geburt. Okay. Die ist schon mal weg. Das ist jetzt blöd, ey. Aha. Der hat sich selber ge... Bams. Oh, nein. Wie kann das nicht treffen? Wie kann das nicht treffen? Und zack, zack, zack. Oh, Junge. Oh, Mensch. Oh, Junge. Zack. Ah. Oh. Und... Ah, ich hab schon wieder... Okay. Und zack, zack. Ah, geschafft. Der ist weg. Ohne die Karge. So, was kommt jetzt? Kommt noch einer, bestimmt. So. Meosama. Es war eine wahre Ehre, dich zu servieren. Oh, das war's, okay. Und? Yes, Großmeister geschafft. Ja, Mann. Im letzten Level. Das ist gut. Äh, ja. Genau. Da haben wir, äh, Onikarge zumindest schon mal gekillt. Ich glaub, war das jetzt wirklich das letzte Level? Weiß ich grad gar nicht. Aber ich hab Großmeister. Das ist schon mal sehr gut, ey. Äh. Ist das jetzt nicht das letzte Level? Kommt da jetzt nichts mehr? Ja, dann überschreibt das erstmal. Und, jo. Da kommt nichts mehr, okay? Dann war es doch nicht das letzte Level. Naja, gut. Okay. Ja, wir haben Onikarge gekillt. Und, ja. Dann würd ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und denjenigen, die es gefallen hat, der lasst doch ein Like oder Abo da. Und, jo. Dann würd ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschau, tschau.